Die Stile tut mir nix, ich würde gerne noch weiter reden, aber dann müsste ich sagen, dass ich es gerade nicht schaffe. Ich warte, es geht, jetzt, wieder, nicht, jetzt, wieder, jetzt, wieder, schon, immer noch nicht, nervös ich werde, nervös, werde ich zittrig und panisch alles wegen der Ruhe, ich muss zugehören, dass ich nicht mehr atme, ich atme so wenig, würde man es malen, meine Lungenflügel hätte der Größe meiner Maus. Ich erinnere mich an eine Zeichnung vom Elefant, ich zeichne und ich lache, ich falle, hinunter bis auf den Boden, die Lungenmuskulatur, ich spanne sie an und es entsteht. Ich stehe in meinen Lungenflügen, sie sind gefüllt, prall und voll. Jetzt gehe ich mich duschen und das Wasser kommt, der Schlauch meiner Pause beginnt, sich zu lösen und reißt ab, es lernt aus dem Schlauch, so laut. Plötzlich, doch erkannte ich die Langsamkeit der Dinge, obwohl die Tropfen so laut fliessen, es kommt unglaublich langsam. Aus dem Wasserhahn heraus nicht schneller als normal, der Lärm zog mich in seine Ruhe. Es ist alles gar nicht solchlich, es ist alles gar nicht solchlich. Es ist alles gar nicht solchlich, es ist alles gar nicht solchlich. Es ist alles gar nicht solchlich, es ist alles gar nicht solchlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017